Was ist denn das? Ach, hör doch auf! Da will ich dich rein! Muss ich da rein? Also, auf der linken Seite wird es vielleicht auch noch was geben. Vielleicht... Ach, nö. Nö! Tarsi Trianon, hochschwanger, krank, allein, versucht eine Wüstenstadt zu erreichen, in der die Überlebenden ihrer Expedition Hilfe gefunden haben. Sie ist in einer Ruine, tief unter den Dünen gefangen. Sie muss entkommen und ein geheimnisvolles Portal erscheint, ihre beste Chance dafür zu sein. Aber zuerst muss sie eine Energiequelle finden, um es zu aktivieren. In diesem Sinne, meine Lieben, hallo und herzlich willkommen zurück in Amazia Rebirth. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und heute, hoffentlich, seht ihr auch wieder mein Gesicht dazu. Mein schwabbeliges... Ja, das letzte Mal war ich offensichtlich ein wenig sehr aufgeregt. Ihr erinnert euch vielleicht noch? Wir sind von da hinten irgendwoher gekommen und so eine Gollum-artige Figur, Leon, der unseren Namen wusste, hat uns erkannt und das war tatsächlich sehr skurril. Und vor Schreck habe ich offensichtlich vergessen, irgendwie die Kamera richtig einzustellen. Willkommen zurück an dieser Stelle. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und wir legen jetzt einfach los in Amazia Rebirth, weil, ihr habt es ja gerade in der Einleitung gehört, wir suchen hier in den Aufgaben nämlich zweimal Vitae, um das Portal letzt... Also beziehungsweise, ihr erinnert euch vielleicht noch an diese Monolithen mit seltsamen Symbolen. Lord Ködl ist auch am Start. Sehr gut. Wo wir Symbole richtig drehen sollten und sich dann Muster ergeben hat und... Und wir dann jetzt weitergekommen sind, beziehungsweise wir sind dann weiter durch so eine Art... Labyrinth. Und suchen jetzt zweimal Vital und ich werde mal kurz das Bunny bisschen beschäftigen. So, meine Lieben, es ist, was es ist. So ist es halt mit Haustieren und vielleicht kennt ihr das ja auch ein bisschen. Ich habe ihn jetzt erstmal versucht, mit einer Nuss zu befriedigen. Schauen wir mal, wie lange das anhält. Also, machen wir uns jetzt mal auf und los und überhaupt... Was sagt eigentlich unser Baby? Baby? Vorsichtig sein, meinst du? Dieser Leon kommt nochmal. Es war ja so ein bisschen skurril. Er hat uns ja nicht hundert... Also, er hat uns zwar verfolgt und uns auch sehr viel Angst gemacht, aber... Oh, hier sind schon wieder so eine seltsamen, eigenartigen Ketten. Mich interessiert ja, was da hinten ist. Ähm, Lampe, 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 Lampe war in der. Ah, guck mal, hier ist schon wieder so ein Ghoul-Loch. Gefällt mir nicht. Also, vermutlich würde das so die zweite Welle sein. Ah, schon wieder die fliehen. Wo uns dieser Ghoul... Oha, iiih. Was ist das? Hä? Was muss ich damit machen? Bewege dich vorwärts und drücke, um einen Objekt zu schwingen? Aber warum soll ich schwingen? Das ist ja richtig eklig. Also hier, da, wir müssen es wahrscheinlich dann wegräumen. Ah, guck mal, warte mal. Da liegt einmal Streichhölzer. Aber was sind das für Dinger? Sieht aus wie so kleine Käfige. Ach, nimm es doch, Mädchen. Trau dich. Nimm es! Gut, jetzt haben wir eins verballert, weil wir es können. Achso, siehste, ich werde noch... Sechs von zehn und da haben wir sieben von zehn. Okay, alles klar, das passt soweit. Aber schau mal, hier sind auch so eine seltsame Symbole drauf. Ganz skurrile Symbole. Kommen wir hier rausgesprungen? Geht das oder geht das nicht? Oder hängt das jetzt im Weg? Das war also eine seltsame Symbole. Ganz skurrile. Kommen wir jetzt mal an. Meinst du, ist vielleicht irgendein Text, der da steht? Ich hab keine Ahnung. So. Wow. Meinst du, das ist Blut oder sowas? Können wir uns da nicht dranhängen? Ich will da ungern rein. Aber ich glaube, mir bleibt nichts anderes übrig. Das ist ja nur richtig eklig. Das ist so rot. Die Farbe verunsichert mich. Wo will ich denn hin? Wo will ich hin? Ich weiß doch nicht, wo ich hin will. Das ist mein Problem. Äh, und die fliegen vor allen Dingen? Oh, ultra unsympathisch hier unten. Tja, wo könnten wir hinwollen? Ah, jetzt ist vielleicht Blut? Das weiß ich nicht. Hm. Isst du mitestens eine Suppe? Da stehst du nicht gern. Ah. Uh. Okay, das war jetzt vielleicht gar nicht so schlecht. Kann ich hier hochklettern? Ja. Was ist denn das? Ach, hör doch auf. Da will ich dich rein. Muss ich da rein? Also, auf der linken Seite wird es vielleicht auch noch was geben. Vielleicht... Ach, nö. Nö. Ja, Baby? Hast du eine Idee? Schlaf. Ich bin da. Schlafen. Schlafenzeit. Ähm. We met that ghost in the desert, little one. Myself, Hank, and the others. She... Saved us. I think. But I can't really remember. We made some sort of deal with the ghost. Hank was hurt. I wish I could remember. Okay. Gehen wir da jetzt runter? Ja, tun wir. Da liegen zumindest schon mal Streichhölzer. Nein! Ach, nö. Komme ich da jetzt nicht mehr hin? Die sind mir runtergefallen. Da hinten liegen Streichhölzer. Kennt ihr das, wenn euch irgendwas hinter den Schrank oder so fällt? Und ihr kommt einfach nicht hier ran? Oh, scheiße. Ja, ich glaube, die sind weg. Aber, tja. Ich hätte gedacht, das sind jetzt irgendwelche Deckel. Überlegung wäre jetzt einmal nach links zu gucken. Da sind Treppen. Aber hier rechts war ja auch irgendwie eine Tür. Okay, die ist zu. Ist die denn auch zu? Ah, tatsächlich. Hm. Gut. Dann ist der Weg wohl offensichtlich klar. Ja, ich finde es schade. Da sind jetzt irgendwo Streichhölzer dazwischen. Aber die sind weg. Und das ist offensichtlich auch zu schwer für sie. Na gut, sie soll jetzt keine Steine bewegen. Und wieder diese Masken. Überall diese Masken. Sind wir jetzt ganz unten angelangt? Es könnte sein. So was Schamanisches, ne? Meinst du, ist jetzt noch ein Rätsel? Vielleicht. Die Zähne? Wie, die Zähne? Aber mit dem Baby ist alles okay. Wie tun die Zähne weh? Ich höre Stimmen. Ist das richtig, dass ich irgendwelche Stimmen höre? Warum geht das nicht auf? Ich sperre mich nicht ein. Nicht schon wieder. Oh mein Gott, wie gruselig. Ich laufe jetzt trotzdem hier einmal drumherum. Oh, guck mal. Ist das eins? Okay. Aber hier auf dem Knopf können wir auch nicht draufdrücken. Hm. Passiert nix. Müssen wir es vielleicht reparieren? Oh, warte mal. So, die lasse ich jetzt aber nicht wieder fallen. Okay. Ah, ich habe ja schon wieder Angst, wenn der nächste Ghoul auf uns wartet. Warum kriege ich das nicht auf? Meinst du, ich kann hier hoch? Ja, sieht nicht so aus. Das schaut nach einer Sackgasse aus. Aber wir hatten ja noch eine zweite Richtung. Das ist sehr dunkel hier. Aber ich sehe jetzt auch nix. Von Lampen oder wie sowas. Da müssen wir bestimmt lange aneinander. Oh Leute, es müsste da nicht rein. Aber wir müssen da rein. Oh, warte. Hier, hier, hier. Aber wo kommt diese Strände her? Wow. Oh, kommt. Ist das so ein Pünktio-Faktor dazu? Oh, das hört gar nicht mehr auf. Ich will da nicht rein. Da schreit jemand. Aber meinst du, da ist jemand? Lebe nicht. So, dann werden wir hier jetzt erst mal gucken, ob wir irgendwas finden. Und den geht denn drin. So, was ist denn Lampenöl zum Beispiel? Und da ist nix. Wahrscheinlich nur Lampenöl. Ah, falsch. Eigentlich wollte ich jetzt was anderes benutzen. Da ist noch einer. Tatsache. Der lebt auch noch. Da kommt ja bestimmt gleich der Ghoul irgendwie an, oder? Da sind Lampen. Warte mal, da ist eine Lampen. Oh, da ist eine Tür. Boah, das sieht überhaupt nicht gut aus. Oh, du meinst, hier ist ein Hebel. Ah, mach doch auf. Vielleicht ist es ja auch eine Fata Morgana. Ich nehme es erst mal mit. Ah, ich nehme es erst mal mit. Oh, ich nehme es noch. Oh, ich nehme es. Ich nehme es. Oh, ich nehme es. Oh, ich nehme es. Ich habe das Gefühl, wir sind jetzt gleich eingesperrt. Beide. Was ist denn noch da? Ja, es ist doch okay. Ich probiere mich mal, das Baby zu beruhigen. Also, wir müssen versuchen, ihn wahrscheinlich zu beschreien. Und er wird bewacht. Warte mal, wir können... Nein. Ich weiß halt nicht, ob das gut ist, wenn wir Licht machen. Wir machen es einfach. Hier ist noch eine Tür. Aber was hält ihn da gefa... Also, einer lebt auf jeden Fall noch. Creepy. Nein! Geh weg, geh, 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 geh! Ist das hässlich. Oh mein Gott. Kann ich hier raus? Kann ich jetzt raus? Warte mal. Okay. Ah! Ah, das lässt mich los. Das lässt mich los. Jetzt! Ah! Ist das jetzt wieder nicht wieder drin? Und? Ah! Ah! I'm not going to turn into Leon I'm not going to turn into Leon